Hey Leute, ich bin's mal wieder. Ihr glaubt nicht, was ich heute aufgeschnappt habe. Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr immer nach der Pfeife von eurer Frau tanzt? Sie sagt, springen, ihr fragt nur wie hoch. Sie sagt, bezahl den Einkauf, ihr macht es. Oder seid ihr tatsächlich noch richtige Kerle, die auch mal das Wort ergreifen und sich zur Wehr setzen? Hört euch das mal an. Vor dem Himmelstor stehen 100 Männer. Petrus will sie selektieren, um sie hinterher besser einordnen zu können. Petrus, die Männer, die immer machen, was ihre Frauen sagen, stellen sich links in einer Reihe auf. Und die echten Männer, also die Kerle, stellen sie sich rechts in einer Reihe auf. Nach fünf Minuten haben es die Männer geschafft. Petrus ist verblüfft. 99 Männer stehen links und nur einer steht rechts. Stolz geht er zu dem Mann, legt den Arm um ihn und sagt, du bist der einzig wahre Mann hier oben. Jetzt sagt den 99 Flaschen da drüben, warum du hier stehst. Sagt der Mann, keine Ahnung, meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier hinstellen. Sagt der Mann, keine Ahnung, meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier hinstellen. Sagt der Mann, keine Ahnung, meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier hinstellen. Sagt der Mann, keine Ahnung, meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier hinstellen.